Ja hallo, heute in dem heutigen Video geht es um das sogenannte Sakralchakra oder auch zweites Chakra. Der Sitz ist kurz unterhalb des Bauchnabels, man sagt zwei bis drei Finger unter dem Bauchnabel, da an der Höhe sitzt dieses Zentrum. Was es heißt, wenn dieses Zentrum in Fluss ist oder wenn es nicht in Fluss ist, wie sich das auswirkt und darum geht es hier in diesem Video. Ja, was heißt es eigentlich? Sakralchakra ist der Sitz der Lebensenergie. Es ist also ein besonderes Chakra hier auch. Man sagt auch aus dem Qigong, das ist das unteres Dantien, das ist der Speicher, das ist ein Reservoir an Lebensenergie, wo wir hier speichern, beziehungsweise auch Hara-Zentrum aus dem japanischen oder Cusco aus dem südamerikanischen. Und alle Traditionen haben alles gemeinsam oder gemeinsam erkannt. Dort sitzt die Lebensenergie, unsere Schaffenskraft sozusagen auch, unsere, ja, also unsere Schöpferenergie sozusagen. Schöpferenergie heißt also die kreative Energie und gleichzeitig die sexuelle Energie. Alles, was wir quasi erzeugen, erschaffen. Dort, quasi dort sitzt diese Power und man kann sich vielleicht auch vorstellen, wenn diese Energie fließt, das heißt also, wir haben einen ganz natürlichen Bezug zu unserer Sinnlichkeit, zu unserem Körper, zu unserer Sexualität. Wir leben das aus, unsere Bedürfnisse, also ungefiltert. Das heißt also, wir sind nicht gehemmt, wir lassen einfach alles fließen und das ist ein wunderbares Gefühl. Natürlich auch Verbindung damit. Die kreative Energie, das heißt also alles, was wir vielleicht auch als Künstler erschaffen, kommt dann richtig in den Fluss. Das heißt also, man erschafft Kunstwerke, eins nach dem anderen sozusagen, weil die Energie fließt. Und man sieht jetzt an dem Beispiel, wenn ein Künstler diese Energie fließt, hat es natürlich einen engen Kontakt auch mit der sexuellen Energie. Das heißt, viele Künstler in der Vergangenheit hatten ja oder haben vielleicht heutzutage noch ihre Muse. Das heißt also quasi dann, wenn die sexuelle Energie aktiviert wird, wird oft gleichzeitig die künstlerische Energie, die kreative Energie mit in den Fluss gebracht. Dass man das hier so ein bisschen versteht. Ja, wenn diese Energie fließt, wie schon gesagt, dann ist alles quasi im Flow. Dann habe ich hier einen natürlichen Bezug zu meiner Schaffenskraft. Ich kann neue Ideen, neue Inspirationen einfach ins Leben bringen und das ist ein wunderbares, tolles Gefühl. So, was heißt eigentlich, dass wenn die Energie nicht fließen kann oder wenn sie blockiert ist? Das heißt in dem Moment, dass wir natürlich unseren Bezug zu unserer kreativen Phase nicht herstellen können. Und das steht oft in Verbindung auch in Wechselwirkung mit dem dritten Chakra, das oben drüber ist, und dem Wurzelschakra, das unten drunter ist. Beides beeinflusst das kreative Energiezentrum, also das Sakralchakra. Und das heißt also hier, wenn man versteht, wenn die Existenz bedroht ist, dann kann die kreative Energie kaum fließen. Das heißt also da ist dann der Mechanismus eher aufs Wurzelschakra, dass man das möglichst versorgt. Auch genau das anders, wenn ich hier im dritten Chakra hier meine Power aktivieren kann, dann ist es gut. Aber wenn ich sie eben nicht fließen lassen kann, wenn ich immer Angst habe, also das ist ja auch das Sitz der Angst oft im dritten Chakra, dann beeinflusst das Ganze natürlich auch unsere kreative Energie. Also man sieht hier, die Wechselwirkung zwischen den Chakren ist ganz extrem. Und das ist das Problem, dass man hier versteht, ich kann dieses Chakra nicht isoliert nur voneinander, also von den anderen Chakren sehen, sondern das hat immer eine Wechselwirkung. Das will ich hier an der Stelle einfach mal klar machen. Aber was heißt es jetzt, wenn du jetzt konkret mit dem Sakralchakra arbeiten möchtest, was kannst du tun? Du kannst einfach dich versuchen mit diesem Chakra zu verbinden in Form von einer Meditation, dass du einfach versuchst, jede Form von Spannung, die du wahrnimmst, einfach loszulassen. Und dir vielleicht auch vorstellst, dass du mit dem kosmischen oder mit dem Universum verbunden bist und quasi diese Energie, das ist ja auch eine kosmische Schöpferenergie, eine göttliche Energie, dass du mit dieser Energie verbunden bist und dadurch dann natürlich Zugang zu Inspirationen hast, die vielleicht außerhalb deines Körpers liegen und das ist quasi das, was man machen kann. Aber natürlich darüber hinaus, habe ich ja gesagt, das ist der Sitz der Energie, also des Chis, das heißt also, deine eigene Körperenergie sitzt hier. Wenn diese Körperenergie fließen kann, dann geht es mir gut. Und wenn ich sie hier speichere in meinem Hara-Zentrum oder im unteren Dantien, dann habe ich einfach ein gutes Leben. Und man muss einfach wissen, dass diese Lebensenergie sich immer mehr und mehr aufbraucht, je älter man wird, deswegen komme ich natürlich auch in Alterungsprozesse. Und um quasi, im Qigong heißt es immer, wenn ich diese Energie möglichst konservieren kann, also sprich möglichst lange nicht verbrauche oder dann auch eben viele Aufladeübungen eben dazu machen kann, dann werde ich auch viel länger im Leben aktiv sein. Das heißt also, der Alterungsprozess wird verlangsamt, wenn ich mit dieser Energie aktiv arbeiten kann. Dazu gehört zum Beispiel der kleine Kreislauf aus dem Qigong. Also wer hier vielleicht jetzt mal eingeben will, der kleine Kreislauf fängt im zweiten Chakra an und zirkuliert dann eben über die anderen Chakren eben in einem Kreislauf. Und das ist quasi ein Schlüssel, eine Schlüsselübung aus dem Qigong. Genau, hier an der Stelle so viel zum zweiten Chakra. Ja, und wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest oder tiefer einsteigen möchtest zum Thema Chakrenarbeit oder Energiearbeit, ich biete in regelmäßigen Abständen Workshops und Ausbildungen an. Alles, was du tun musst, ist mir einfach eine Nachricht schicken und wir sprechen einfach über deine Situation. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich sehr und du kannst den Kanal natürlich auch abonnieren. Freue ich mich auch sehr darüber. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.